Hallo und willkommen zu einem neuen Braumatik Tutorial. In den letzten beiden Teilen habe ich euch bereits die Grundlagen der Benutzeroberfläche und die Auftrags- und Rezeptverwaltung gezeigt. Und nur für den Fall, dass ihr die noch nicht gesehen habt, zu den Episoden kommt ihr hier oben in der Infobox. Heute möchte ich euch die Funktionen der Schrittkettenverwaltung erklären. Also auf geht's ins Braumatik Interface. Sobald ihr euren Sud gestartet habt, könnt ihr diesen in der Visualisierung nachverfolgen. Also quasi, welche Organe und Aktoren werden angesteuert und welcher Prozessschritt wird gerade ausgeführt bzw. abgearbeitet. Den detaillierten Ablauf könnt ihr euch in der sogenannten Schrittkettenverwaltung hier über das Klemmbrett-Icon ansehen. Diese habe ich jetzt, um den Simulationsmodus besser darzustellen, auf Notstopp gesetzt. Hier sehen wir den Ablauf dieses Rezepts in den verschiedenen Teilanlagen in unserer Schrittkettenvisualisierung. Zum besseren Verständnis könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Programm Braumatik Schrittkette den direkten Blick in die SPS-Steuerung darstellt. Ihr könnt die Schrittketten der Braumatik dazu nutzen, um direkt akute Änderungen in der SPS vorzunehmen. Der eben geladene Prozessabschnitt kann hier während des laufenden Betriebs beeinflusst werden, indem man über die Schrittkettenfenster verschiedene Werte ändert. Die Oberfläche ist identisch zur Rezeptverwaltung. Dazu klickt ihr einfach den entsprechenden Schritt an. Hier möchte ich jetzt zum Beispiel die Überwachungszeit erhöhen. Einfach den Wert ändern, mit Enter bestätigen und der Wert wird direkt in die SPS übertragen. Das war es auch schon zum Thema Schrittkettenverwaltung. Ihr seht, dieses Feature ist ganz praktisch, um während des laufenden Suds direkt nochmals Änderungen an die SPS weiterzugeben. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Tutorial wieder. Weitere spannende Inhalte zum Brauen, Melzen und Destillieren findet ihr auf unserem Blog Schulz Insight. Liked uns, abonniert uns, kommentiert uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao!